Und wieder mal ertrage ich die meisten Leute der Stadt, weil ich Kurt Nasser der stärkste Mann in der Stadt bin. Sie können froh sein, dass sie mit Kurt Nasser gesprochen haben, dem stärksten Mann in der Stadt. Ich wohne hier. Nein, das ist nicht dein Haus. Das ist mein Haus. Der weiß der Name zufälligerweise nicht. Ich kann nicht lesen. Das ist falsch. Aber ich habe das Haus gekauft. Wollen Sie mich ermorden? Das ist nicht dein Haus, das ist mein Haus. Gehen Sie mal rein, gehen Sie mal rein. Hier ist kaputt. Gehen Sie mal weiter. Nein, das möchte ich nicht. Das ist mein Haus. Können Sie jetzt bitte sich von meinem Hof entfernen? Nicht dein Haus. Ich rufe mal die Wächter. Zumindest bitte entfernen Sie sich von dem Herrn. Woher wollen Sie wissen, dass ich eigentlich Mist bin? Bitte verlassen Sie mein Hof. Das ist mein Haus. Entschuldigung? Ich bin nicht von der Polizei. Noch nicht mal, guck mal. Was steht hier? Was steht hier? Ich kann nicht lesen. Er meinte, auf dem Haus steht Kurt Nahrer. Ja, okay, wie kommt man denn da rein? Das ist seins. Ich bin ja jetzt drin, aber bevor ich die Tür zumache, möchte ich bitte, dass alle meinen Hof verlassen. Ja, genau. Einmal bitte Abschott halten. Verlassen Sie das Gelände. So, mir wird das langsam zu viel. Ich gehe jetzt einen kleinen Platziergang machen und ich hoffe, mein Hof ist dann leer. Sie können da nicht rein. Das ist mein Haus. Alexander? Warum stehen so viele Leute vor meinem Haus? Wie ist Ihr Name? Das ist mein Haus immer noch. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Kurt Nahrer. Ich wohne hier. Das Haus gehört Kurt Nahrer. 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 Kurt Nahrer. Ich bin der einflussreichste Händler in der Stadt. Kurt Nahrer? Sie reden hier mit dem Stärksten in der Stadt. Ja, kommen Sie bitte an? Kurt Nahrer ist der stärkste Mann in der Stadt. Kurt Nahrer ist der stärkste Mann in der Stadt. Ähm, da hast du recht. Das Haus gehört jetzt Kurt Nahrer. Nein, gehört es nicht. Ja. Ganz ehrlich. Mein Name ist Kurt Nahrer. Ja. Und ich bin der Stärkste in der Stadt. Warum habe ich meine Rüste? Kurt Nahrer ist der stärkste Mann in der Stadt. Sein Name ist Kurt Nahrer und er ist der stärkste in der Stadt. Huldi! Wer? Scheiße! Kurt Nahrer wird diese Angelegenheit klären. Ein Mord! Ein Mord! Kurt Nahrer hat die Angelegenheit geklärt. Nein! Oh nein! Mord! Kurt Nahrer. Wie kann ich Ihnen helfen? Als Stärkste in der Stadt. Ich habe die Hose so gut verteidigt. Ich bin nicht mal mehr in meinen Hosen. Nein! Ich auch. Ich war auch gefeiert. Geh mal zurück nach Moria, du mal. Was? Du bist schon sterben. Hallo, Glatze. Ah, shit. Hier wieder gehen wir. Guten Tag, sind Sie der Hautwechsler? Ich habe mir sagen lassen, Sie haben die glatteste Haut im ganzen Land. Es ist wahr, dass Sie die glatteste Haut im ganzen Land haben. Ich rechne gerade den Eko-Faktor aus, ne? Sie sind doch ein Glatzkopf, genauso wie ich. Eine wunderschöne Glatze. Wechseln Sie die Haut auf Ihrer Glatze? Ich habe gehört, Sie sind bekannt für den Namen Vorhautwechsler. Ich grüße Glatze. Ich habe ihn jetzt einfach zu wem anders was über ihn gesagt. Aber wie? Ich habe ihn umgebracht. Ich bin einer meiner 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 Meinung nach. Wie heißt das? Mein Name ist Kurt Nasa. Und ich bin der stärkste in der Stadt. Ja, ja, der zweiten Teil, keinen Waffen wahren. Nein. Und wieder mal ertrage ich die meisten Leute der Stadt, weil ich, Kurt Nasser, der stärkste Mann in der Stadt bin. Alle Damen können bestätigen, dass Kurt Nasser ein Gentleman ist. Sie können froh sein, dass sie mit Kurt Nasser gesprochen haben, dem stärksten Mann in der Stadt. Alle sind überzeugt von meiner Stärke. Ich trage die meisten Menschen in dieser Stadt. Kurt Nasser hat Ehre. Bei den Wahler, ich verschiebe eure komische Freakshow nach draußen oder ihr lasst es sein. Ist es ein Fehl? Es ist eine Anweisung. Eure komische Freakshow will ich in der Stadt nicht leben. Wenn ihr mitmachen wollt, macht es draußen, wenn nicht, dann lasst es sein. Kurt Nasser entscheidet, dass er jetzt in die Stadt geht. Ich bin in der Stadt. Kurt Nasser bringt seine Freakshow in die Stadt. Ich bin in der Stadt.